Wir werden in der letzten Phase der Entwicklung unseres Wasserstofffahrzeuges des Audi Hardron sein und die Entwicklung gemäß der Audi typischen Maßstäbe bezüglich Qualität, Sicherheit und natürlich auch die Kundenkomfort weiter vorantreiben. Wir haben bereits jetzt die Entwicklungshoheit im VW-Konzern für die Brennstoffzelle, welches für unsere Marke das Thema Vorsprung durch Technik klar unterstreicht. In sieben Jahren werden mit unseren Entwicklungspartnern wichtige technische Meilensteine erreicht haben, wovon auch die anderen VW-Marken profitieren können durch die Entwicklung des Technologie-Baukastens und durch Skalierungseffekte. Weiter denke ich, dass die Infrastruktur bezüglich Wasserstoff weiter ausgebaut ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es ein flächendeckendes Tankstellennetz gibt, wo man eben problemlos betanken kann, wie beim Verbrenner auch, innerhalb von drei Minuten und das gegebenenfalls in dünn besiedelten Gebieten das Audi MMI auf der Suche nach der nächsten Wasserstofftankstelle eben auch unterstützen kann. Also ich persönlich denke, dass sich die Brennstoffzellentechnologie als alternativer Antrieb etabliert hat, aber auch auf Augenhöhe mit allen anderen alternativen Antrieben wie der Batterie, 10G oder E-Fuels und es eine komplementäre Ergänzung eben zu den anderen alternativen Antrieben ist, die sich jeder Audi-Kunde, je nach dem Use Case, den er hat, dann raussuchen kann, wie möchte er denn emissionsfrei unterwegs sein.